Servus ihr Gamer und willkommen zu einem anderen neuen Video. Ja, hier gerade Cs laufe. Lass ich halt im Hintergrund noch so ein Netz oder so ein Video laufen. Zuerst kommt halt Rainbow und dann noch die guten alten Zeiten von TTT. Zuerst wünsche ich euch halt eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr 2021. Hoffentlich feiert ihr halt alle halt schön Weihnachten. Vergesst die scheiß Zeit von 2020. Scheiß Corona und hoffentlich bekommt sie alle halt schöne Geschenke. Wieso mache ich halt dieses Video? Weil ich halt mal reden wollte. Wer halt alle wisst, bin ich schon fünf Jahre auf YouTube. Das fünfte Jubiläum war halt dann am 14.8.2020. Da habe ich ja noch kein Video gemacht, aber mache aber dann beim sechsten Jubiläum. Die älteren Zuschauer wissen halt noch am Anfang von meinen Videos, wo mal einmal so ein Video war, geile Musik. Das existiert leider nicht mehr. Musste ich leider aufgrund von YouTube Rechtlinien halt, wo mal neu aktualisiert worden ist, löschen. Ja. Und das war halt das einzigste Video, wo mal zum Beispiel über 150.000 Aufrufe halt dann hatte. So schnell kann es gehen. So ein klein 30 Minuten. 30 Sekunden. Ne. Das war ungefähr drei Minuten Video. Das es so schnell viral ging. Ja. Und dann noch die Verlaufe halt. Schöne Zeiten. Ne. Ich hab halt äh. Gesehen. Ich hatte halt am Anfang halt 340 Abonnenten. Das hatte ich eine lange Zeit halt gehalten, weil ich halt irgendwie keine Videos mehr hochgeladen habe. Entweder hatte ich keine Zeit oder Schule oder sonst noch was. Und hab halt dann erst wieder halt so im Jahr 2020 halt dann mal wieder in ungefähr in zeitmäßigen Schritten halt Videos veröffentlicht. Früher. Ja. Da hab ich halt mal hochgeladen, wenn ich mal Zeit gehabt habe. Genau. Genau. Ich trifft schon wieder ab mit ihrem Abonnentenzahlen. Früher hatte ich halt 340. Dann bin ich halt mein YouTube Studio. Das ist halt das neue Programm von Community Studio. Und da hab ich halt gesehen, dass ich halt nur noch 338 so habe. Seit die Abos. Da kann ich jetzt mal so sagen. Es interessiert mich nur scheiß, wie viele Abonnenten ich habe. Die können nicht bestimmen, wann ich ein Video mache, wo ich ein Video mache und was für ein Video ich mache. Ihr könnt's gerne halt dem Kanal noch folgen oder deabonnieren. Ich mach trotzdem noch weiter. Obwohl die Aufruf wegen auch in den Keller gegangen sind. Gegensatz zu früher. Wo ich mal irgendwie über 100 Zom habe. Ich könnt's halt einmal halt komplett nachschauen, wie früher die Videos dazu waren. Da hab ich halt auch eine Zeit lang Paare, wo ich ausgewählt habe, privat gestellt. Da ich irgendwie Angst hatte, dass YouTube halt auch wieder halt die Videos halt sperrt und einen Strike bekomme. Heute habe ich halt wieder nach Überlegung halt großen Teile halt wieder öffentlich gemacht. Aber ein Video bin ich immer noch unsicher halt. Das lasse ich halt noch auf privat. Das war halt mein über 30 Abonnenten Special. Genau, Special, 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 ich bin so lost. Und aus dem möchte ich jetzt was ausrufen und das ist, ich möchte halt gerne wieder eine Community halt schaffen, die halt auch Kommentare halt in die Videos unten reinschreibt, Vorstärke, was ich halt demnächst machen könnte. Oder Arten von Video halt dann wünschen, die ich halt dann auch vielleicht berücksichtige. Und beim Livestream-Site dabei sind, auch was reinschreiben. Es wäre halt auch hier was, eine eigene Community zu haben. Daran arbeite ich jetzt. Ihr könnt halt... Das ist alles schon, ihr werdet abonnieren. Abo dalassen, kostenlos abonnieren, kostenlos ein Like dazu lassen, kostenlos einen Kommentar hinzuschreiben, kostenlos das Video anzuschauen. Und auf diesem Kanal ist alles kostenlos kostenlos. Da habe ich mal so Gedanken gemacht über die Ziele und Zukunft, was ich halt dann alles demnächst machen will oder möchte. Ja, bereits event, möchte ich gerne eine Community... Ja, eine neue Community schaffen. Dann noch einmal überlegt, auf meinem Kanal halt angespielt zu machen. Dazu habe ich halt mal ein Video halt gemacht, angespielt, Office Check. Das ist aber wieder, ähm... Er wird dann über vier Jahre her. War halt im Jahr 2017. Und seitdem habe ich irgendwie auch keinen angespielt mehr gemacht. Ihr könnt es halt auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, welches angespielt ich halt, ähm... machen soll oder halt Vorschläge. Dann schreibe ich es mir halt dann an und dann kann ich halt ein Video darüber machen. Dann noch, ähm, habe ich mal überlegt, ob ich halt meinen festen Upload-Datum halt dann einrichte und... oder einen festen Livestream-Tag. Da bin ich noch beim Überlegen, aber mit Uploads... habe ich halt... mache ich halt momentan, weil ich halt, ähm, Urlaub halt habe. Besuche ich halt jeden Tag, mindestens ein Video halt rauszubekommen oder... zu machen. Wenn es halt mal nicht funktioniert, dann hatte ich leider dann keine Zeit oder ich hatte viel zu tun. Gerade habe ich halt, ähm, zwei Let's Plays am Laufen. Einmal halt Starapunk 2077 und dann noch, ähm, Black Set and the Skin. Bei Starapunk bekommt ihr halt auch jeden Tag halt, ähm... eine Folge, kann halt auch vielleicht mal sein, dass halt an einem Tag zwei Folgen halt rauskommt. Könnte sein, dass es am nächsten Tag dann keine kommt, weil ich dann da vielleicht keine Zeit hatte und so. Oder... Ich hatte viel Zeit und konnte halt dann zwei Views halt dann machen, ne? Dann noch, ähm, Black Set and the Skin. Ich bin halt, ähm, will ich halt, ähm, jeweils eine Folge pro Woche halt dann, ähm, raushauen oder halt veröffentlichen, weil halt, ähm, aktuelle Aufmerksamkeit an Sarapunk 2077 halt gerichtet ist. Jetzt aktuellen Ziel, ich möchte gerne, ähm, 1000 Abonnenten erreichen, ob ich das jeweils erreichen werde, bedenke ich nicht, weil ich ein Stück Scheiße bin. Ein Stück Scheiße, äh, Scheiß-Videos macht, ein Scheiß-Wert ist, Scheiß-Träume und Ziele hat, hehehe. Und dann noch zukommt, und zum Schluss vom Video halt, möchte ich halt noch, ähm, zu sagen, dass ab heute halt, neuen Kanal geboren ist, mein zweiter Kanal vor, halt, stand jetzt vor 26 Minuten, ist halt, ähm, mein zweiter Kanal halt, ähm, geboren. Ihr könnt's halt auch mal gerne halt, ähm, auschecken, Abo dalassen, liken, Kommentare hinschreiben, und mal schauen, ob halt mein zweiter Kanal halt auch so, ähm, sch... Ja, scha... Danke, Scheiße wird, oder? Ja. Danke. Auch so gut, Scheiße, egal, halt, ähm, jetzt mal schauen. Ähm, weiß halt auch noch nicht, was ich da halt hochladen werde, aber ein, aber bestimmt anderen Content als auf meinen Hauptkanal, auf meinen Hauptkanal wird halt dann nur, ähm, Gaming, Let's Plays halt dann laufen, vielleicht mal, ähm, angespielt. Und beim zweiten überlege ich halt dann noch, könnte es sein, dass ich da halt dann auch halt, ähm, angespielt halt dann mache, aber... Ja, mal schauen. Dann wünsche ich euch halt, ja, wie am Anfang, wie als erwähnt, schöne Weihnachten, ähm, bitte halt dann, ähm, Corona-Komfort halt dann, ähm, Weihnachten feiern, die Scheiß-Zeit von Corona einfach vergessen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen, guten Rutsch ins Neujahr 2021. Das, dann war's mal mit dem, ähm, Reden-Video. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr halt, wie erwähnt, kostenlos abonnieren. Dann könnt ihr noch kostenlos ein Like da lassen, kostenlos einen Kommentar unten hinschreiben, und dann sehe ich dich kostenlos im nächsten Let's Play Video, dem Video. Also, tschau.